Der Niedersächsische Gesundheitspreis 2022 in der Kategorie Zurück zum gesunden Alltag. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stärken geht an den Fachbereich Gesundheitsamt der Stadt Göttingen mit dem Projekt Fit fürs Leben. Guter Schulstart durch frühe Prävention in Stadt und Landkreis Göttingen. Als Kinderarzt ist man im öffentlichen Gesundheitswesen für die Schuleingangsuntersuchungen zuständig. Und die haben gezeigt, dass letztendlich nicht alle Kinder die gleichen Voraussetzungen haben, wenn sie in die Schule kommen. Und das hat uns gezeigt, dass Gesundheitsförderung nicht erst zu Schulbeginn starten sollte, sondern in der Kindergartenzeit. Die Bedarfe der Kitas werden durch einen individuellen Methodenmix erhoben. Dabei interviewen wir alle Kita-Leitungen und zusätzlich machen wir noch Fragebögen für die ErzieherInnen und auch für die Eltern. Wir bieten im Projekt Fit fürs Leben verschiedene Angebote an. Das Angebotsportfolio geht über Waldpädagogik, Bewegungsförderung, Ernährungsseminare, Online-Seminare für Eltern bis hin zu Podcasts, die wir aufgenommen haben, Yoga, Achtsamkeitstraining. Insgesamt machen wir dem Projekt 16 Kitas mit. Das sind acht Kitas in der Stadt Göttingen und acht Kitas im Landkreis Göttingen. Und 860 Kinder profitieren von diesen gesundheitsfördernden Maßnahmen aktuell. Ich finde es immer toll zu sehen, wie die Kinder mit einem Strahlen aus der Turnhalle gehen, weil sie auch von Sportstunde zu Sportstunde sich immer weiterentwickeln und neue Sachen lernen. Ja, das Besondere an diesem Projekt ist, dass das Projekt Fit fürs Leben nicht nur die Kinder im Blick hat. Da sind auch die Eltern mit im Boot, die Familien, die pädagogischen Fachkräfte, die Kita-Leitung. Und dieses Zusammenspiel von unterschiedlichen Akteuren macht das ja auch, dass dieses Projekt so nachhaltig und wertvoll wird. Wir freuen uns, dass das Projekt jetzt sichtbar gemacht wird und hoffen, dass noch viele weitere für die Kinder stattfinden. Ich finde es total schön, dass die ganze harte Arbeit von den Koordinatorinnen anerkannt wird.